Willkommen zu dem weiteren Part von Let's Play Sonic Lost World für den Nintendo 3DS. Im letzten Part haben wir Windy Hill Zone 3 gemacht. Ich weiß, wir haben echt viel geschafft. Ich weiß, ich bin so geskillt wie kein anderer. Und heute haben wir einen Boss vor uns. Den bösen... ja... Seth. Ich weiß, er sieht schon richtig böse aus, wenn man sich sein Bild anguckt, aber schauen wir nach, wie böse er wirklich ist. Hey, ich hab dich schon gesucht, alter Glatzkopf. Wer sind deine Freunde? Freunde? Das sind niemandes Freunde. Das sind die schrecklichen Sex. Jedermann schlimmste Feinde. Seth, zeig diesem blauen Quirlgeist, wo hier der Hase langläuft. Aber gern doch. Mich juckt es schon den ganzen Tag lang nach einem Kampf. Haha, dich juckt es eher, weil du dich mal waschen musst. Machst du dich über mich lustig? Hä? Vielleicht. Ich mach dich fertig! Ich würde ja gerne sehen, wie er dich auseinander nimmt. Aber ich habe leider zu tun. Ich wüsste da den perfekten Ort, an dem ich dich erledigen kann. Ach wirklich? Ich wüsste den perfekten Ort, an dem ich dich treten kann. Ich würde ja auch einfach da stehen lassen können. Aber gut, fordern wir nach raus. Hier kommst du nicht heil raus! Hier kommst du nicht heil raus! Na komm her! Ui! Okay! Yes! Na komm her! Na komm her! Ja! Ja! Der irgendwas nervt! Und down! Oh mein Gott! Das sah richtig brutal aus! Ich kann es nicht glauben! Ja! Und seit wann kannst du schweben ey! Bist du ein Saiyajin oder was? Erst bist du ein Saiyajin. Ich glaube es nur zumindest. Ja! Genial! Na endlich mal ein S-Rang! Also! Wann haben wir das mal erwartet? Ein S-Rang! Hier! S-Rang following! Puh! Also! Sind wir soweit Tails? Ah! Ich habe einen Fernseher aus Büroklammern gebaut! Ja! Und einen Supercomputer mit Spülmittel und einem Zahnstocher umprogrammiert! Ich weiß! Also einen Propeller an einen Doppeldecker zu reparieren! Ist ein Kinderspiel für mich! Ja! Du brauchst mir nicht gleich deine ganze Lebensgeschichte zu erzählen! Ein einfaches Startklar hätte auch gereicht! Na schön! Startklar! Cool! Uff! Der Bosskampf war so hart! Jetzt schwitze ich sogar schon von dem Kampf! Na gut! Im Schwitzen passt gerade ganz perfekt zur nächsten Zone! Desert Ruins! Einer Wüstenzone wie es aussieht! Und! Ja! Wer von euch mag Wüsten? Äh! Wüsten! Wüsten! Mal schauen! Also dann! Rein mit uns ins Vergnügen! Diese Tiere sind nicht gerade überwältigend! Ich bin enttäuscht von euch inkompetenten Stippern! Und zwar gewaltig enttäuscht! Das interessiert uns reichlich wenig! Meister! Interessiert es euch jetzt? Brinkt mir beim nächsten Mal bessere Tiere! Mein Gott! Wie sehr hat es echt mit dir unter Kontrolle? Ach egal! Juck mich jetzt am wenigsten! Es geht mir um ja! Erstmal um die ganzen roten Ringe! Let's go! Oh! Ich will da hoch! Oh! копelver denn mal mit übers Restarne O Mal gucken! Gibt es hier einen roten Ring? Oh! Probieren wir doch mal aus! So! Mit der Maus! Und Feuer! Kommt alle her! Wozu? Oh! ok gibt es hier irgendwas noch zu holen ok jetzt ob ich da was zum aufladen weil ich jetzt mal gucken ob sie noch irgendwelche roten ringe gibt weil ich kann so schnell verpassen hier gibt es erstmal gut aufladen und da wir hier war es und rein mit uns also gibt es hier nichts was zu holen ach gott ja ja not done hier wir go oh oh god oh und eh 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 ja ein ganz blöder plan nein der darf sich sein ja genau hehehehe hehehehe nicht nachmachen bitte so aufgeladen ist er und bereit zum kampf und go gibt es hier überhaupt rote ringe ah irgendeine ah irgendeine moment und ah so und und heb uff schau ich das nein 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 okay vielleicht habe ich es so das könnte klappen das könnte klappen wenn ich es schaffe yes danke erstmal fürs leben Arschgeiken aber wo sind die roten ringe ey und eins sat kommen die nie wieder so lassen wir erstmal erstmal wieder größer werden weil das ist wichtig wenn wir hier weiter wollen so jetzt go so einen hätten wir somit hätten wir den schonmal erledigt aha na dann würdest du sagen rein mit uns so na dann wollen wir mal ah da ist eine rampe die nehme ich mal und ne da brauche ich mehr speed ey ey der andere muss doch reichen eigentlich ja ich komme nicht gerade drauf ich muss dich mal mit ja ich hätte die ganze zeit mal dazu greifen sollen was haben wir was haben wir hier noch mehr fünfer rote ringe irgendwo wenn der weg ist dann geht es rund los und was was haben wir was haben wir hier erstmal auch nicht hier gerettet aber ich habe das Gefühl na was haben wir denn hier rote ringe nochmal 2 hä das gefällt mir doch das gefällt mir doch schon so einiges dass wir einen haben na komm her na komm her ja und down so ähm ja muss ich dich besiegen mit dreifacher kraft okay na dann und 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 f und 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 die das die im Ja Ja Aber ich sehe keinen mehr Also da hin Mal gucken, ich schaffe er Oh ja, ich muss von hier aus Yes Und weiter Ach Gott Also wir werden noch viel Spaß haben hier So Das haben wir geschafft Yes Denn er ist ausgenockt hier Jetzt ist die Frage Ich glaube wir müssen die ausschalten, aber Wie machen wir das? Ist die Frage So jedenfalls ne So Ja Ja Jetzt für dir Mal gucken, ob ich das drüber schaffe Sehr gut Ich glaube der Asteroid ist Ist etwas verbrauchen Komm Ja Ja Ach komm Yes Der ist down Und du Bist auch K.O. So Eine Frage ist, was Muss ich hier zu stören Okay So So Ich habe das sogar Das ist sogar schaffbar So So Dann müssen wir noch schnell zurück Und den ersten erledigen Ja Ein ganz schlechter Plan, der nicht funktionieren kann Fakt, wir haben einen verpasst Den darf ich mir noch immer nochmal aufscrew nochmal wiederholen Aber wegen der Zeit kommen müssen wir jetzt langsam mal uns beeilen Ehe die Zeit abläuft Ja Was ist denn wenn ich denn jetzt aktiviere Ist der immer noch gültig? Okay 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 So So Also brauchen wir denn jetzt hier alle So 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 Aha Ja 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 Verdammt Ja 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 ich kriege die Quartal in den Weil der ja ausrutscht Weil der ja ausrutscht Verdammt Ja Ich weiß ja nicht Ey warum läuft der an der Wand Ja Und Ja 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 Nochmal anmachen Uff Ganz echt verloren Äh Ist verloren Ich komm hier hoch Weil Ernsthaft, ich muss erstmal hier hochkommen Was schon fast unmöglich ist Ja, so viel Zeit hatte ich an dies einzusetzen Jetzt wird es interessant, weil er mich jetzt jagen kann Ja Hier lebt noch einer So Jetzt können wir weiter Oh, wir haben es geschafft Ach Gott Das wird keine Spacestage, aber dafür Ja Wir haben zumindest einen Wisp jetzt und Ja Mit dem Wisp können wir jetzt sagen Jetzt weiterarbeiten So, na dann Ihr könnt natürlich jetzt einen Kommentar Und eine Wertung da lassen, bis zum nächsten Part wieder Ich könnte jetzt glaube ich mal nach kurzem in die Hillzone 1 gehen Und schon mal die Aufnahmen machen von dem dritten Roten Ring, der müsste es Soweit ich weiß mit Asteroid nur zu holen sein Und den haben wir ja jetzt auch Also passt ja alles Von daher, kann ich halt nicht vergessen Bis zum nächsten Part, bis dahin Und Ja Ja Emirates Control Ja 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 Untertitelung. BR 2018